Die Academy Museum Gala fand am 19. Oktober 2024 statt und diente als jährliche Spendenaktion für das Academy Museum of Motion Pictures. Diese Veranstaltung finanziert ihre Ausstellungen, Bildung und öffentlichen Programme. Betrachten Sie es als den etwas weniger glamourösen Cousin der Oscars, jeder denkt daran, es zum Sinks-Gewingende einzuladen, aber es bleibt unter dem Radar. In diesem Jahr fehlte Meghan Markle deutlich auf der Gästeliste, sodass sie außen vor blieb und nach Rennen blickte. Ihr Kleid mit tiefem Ausschnitt und hohem Schlitz schien eher für eine viktorianische Tee-Party als für eine solch hochkarätige Veranstaltung geeignet zu sein. Aber warum wurde sie nicht eingeladen? Das Gastgeberkomitee unter der Leitung der berüchtigten Anna Wenter, die einen Kardashianer in der Made-Gala willkommen geheißen hat, während sie Meghan an der Tür blockierte, schien dieses Mal keine Rolle zu spielen. Stattdessen besteht das Komitee aus etwa 100 Einzelpersonen und Unternehmen, was die merkwürdige Frage aufwirft, ist Meghans Einladung in dem Durcheinander untergegangen? Zu den bemerkenswerten Namen im Gastgeberkomitee zählen Gabriel Junien, Ted Sarandos von Netflix und Brian Robbins von Perrimont. Es gab Gerüchte, dass Meghan möglicherweise nicht einmal mehr von WME vertreten wird. Robbins, der zuvor mit Meghan zusammen war und sie zu einer Premiere in Jamaika einlud, scheint keine Probleme damit zu haben, eine Einladung zu einer lokalen Gala auszusprechen. Doch hier sind wir, keine Meghan in Sicht. Es gibt auch andere interessante Zusammenhänge, die es zu berücksichtigen gilt. Apple Original Films produzierte Harry, Demi Ukenzi und Louis Vuitton fertigte das Kleid an, das Meghan bei den Ripple of Hope Awards trug. Wenn es BR Gold gegeben hätte, das abgebaut werden könnte, hätten sie die Gelegenheit sicherlich genutzt. Und vergessen wir nicht JP Morgan Chase, die Disney Company und sogar Orlando Bloom, der angeblich ein guter Freund ist. Aber wo sind die Bilder? Oh, richtig, keine Fotos, keine Freundschaft. Da es mindestens vier Möglichkeiten für eine Einladung gibt, sorgt Meghans Abwesenheit sicherlich für Aufsehen. Hollywood hat die Sussexes lange auf Distanz gehalten, aber gilt das auch für ihre sogenannten Freunde? Es scheint so. Zu sehen, wie Meghan Markle öffentlich von einer Versammlung von Brancheneliten brüskiert wird, gleicht einem Zugunglück, das sich in Zeitlupe abspielt. Hollywoods Gefühle gegenüber dem Paar werden immer transparenter. Beginnen wir gar nicht erst mit dieser 40x40-Initiative. Was dachte sie, als sie Frauen, die ins Berufsleben zurückkehrten, riet, Mentoren in nicht verwandten Bereichen zu suchen? Ehrlich gesagt hätte Meghan wirklich etwas bewirken können, indem sie Frauen einfach dazu ermutigt hätte, 40 Minuten ihre Zeit für gemeinnützige Arbeit oder praktische Unterstützung zu spenden. Es scheint, dass ihre Großzügigkeit eher auf Ideen als auf Daten beschränkt ist, was wahrscheinlich daran liegt, dass es einfach nicht zu ihrem Spielplan gehört, Geld dort einzusetzen, wo sie will. In Wahrheit fühlt es sich an, als würde man Meghan Markle zu einer Veranstaltung einladen, als würde man eine Granate auf eine Party werfen. Es wird zwangsläufig zu einer Explosion kommen, und man weiß nie, wo die Trümmer landen werden. Angesichts des Rufs, ein Tyrann und Gauner zu sein, ist es kein Wunder, dass Dörner es vorziehen, Abstand zu halten. Die A-Liste möchte wahrscheinlich vermeiden, dass ihre Namen in einer zukünftigen Enthüllung fallen gelassen werden oder einer unangenehmen Umarmung von jemandem ausweichen, den sie kaum kennen. Und vergessen wir nicht das kleine Detail, dass Meghan möglicherweise nicht einmal in der Lage ist, die hohe Spende aufzubringen, die von der Teilnahme erwartet wird.